Neue Runde Survival Games zusammen mit dem Herr Blaze Hallo Und der Sonny Hi Heute schon im Bild, sehr gut Äh, gehen wir in die Mitte oder nicht? Äh, no 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 Okay, dann hauen wir einfach ab hier, da durch den Gang zwischen den Gebäuden da Wollen wir nicht da hinten bei den roten und blauen Wolledings durchfetzen? Okay, machen wir das Ja, gerade haben die uns alle versucht schon zu überreden, dass wir mit denen in ein Team reingehen Das machen wir natürlich nicht, weil wir sind ja unser eigenes Team Sonny hat hier Verehrer No Alleins Doch, wir sind im Alleins-Netzwerk Ja, echt, ey Ja, zumindest zwei Drittel, ne? Wir haben noch mal die Regeln gelesen auf Hive und vier Teams sind erlaubt, also bis zu dritt Bis zu vier Teams Von daher sehen wir uns hier rechts mit drei Mann rumzulaufen Äh, wir trennen uns ja eh wieder, wie immer War das nicht früher schon so? Ja Ja gut, aber wenn wir uns so lange sind dann wiederfinden, haben wir ja die dreifache Chance Oh! Ich glaube wir lernen doch woanders her Nee, hier ist ne Brücke Ja, ich bin jetzt anders rum gerannt, ist egal Ich komm dann gleich wieder dahin, wo ihr seid Bisschen Umweg, aber ist kein Problem Bin schon wieder bei euch Bisschen Umweg 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 geboostet haben und so ja ich erinnere mich noch hast du die goldbarren noch ja hier geht es nicht weiter da sollten wir nicht aber du weißt nicht mehr wo ich bin ich bin auch gerade wieder woanders lang gegangen gut bei uns kein schlüssel da könnte ich eine suppe machen ich habe acht weizen auf dem table gibt es denn für eine suppe ich nehme ich gerade einfach mal in ein gebäude rein gerannt hier gibt es ganz viele kisten oder möchtest du deine katze dünzln kein bedarf goldschwert jetzt habe ich hier natürlich die hose geschwissen die war ja besser als meine hose sich gerade aber es ist egal ich finde noch mal einer auf heile ja der ist aber leider nicht mehr da den hat zerrissen ich könnte mir sogar ein bogen kraft und darauf ich ja könnte ich finde ich kaufe ich habe einen bogen zu meinen kraften wenn ich nicht finde ich sollte ich sowieso mal langsam finden da würde ich irgendwas zu essen ist mal schön wenn man die map überhaupt nicht kennt ne ja wir spielen das einfach viel zu selten aber wir müssen ein bisschen was aufnehmen ja schon irgendwie so was haben wir jetzt alles hier das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus aber auch nicht gut und steinschwert upgrade upgrade ist ich hätte gern eisen oder diamanten sachen aber naja da gibt es ja nix hier nicht wir sind nur noch zu fünf ne das ist nicht mehr so viel gibt es jetzt gleich das match ja vorher hätte ich gerne einen crafting table um mehr essen zu machen sonst stehe ich im das match mit mir alt aus ja ich hab den tue gesetzt oh ja ja ich hab ne suppe oh geil eine suppenschüssel du alter suppenkasper du was zu essen wäre echt nicht schlecht ich habe ganz viel weizen im inventarno keine banken werkbank bis jetzt ich esse suppen alles gut so bin ich wieder erst mal voll noch einen suppen teller super so ich kann nicht mehr rennen noch einen keks ich hab immer auch dynamit habe ich nicht auch irgendwo im vorjahrzeug gesehen gehabt dynamit geht so an wenn das setzt oh das ist immer sehr gut dann machen wir das mal im fangenkampf ein bisschen so ich habe noch 60 sekunden ok oh gott genau macht mal hin hier ich werde nicht überleben nur noch drei keulen die sony die muss sterben die sony die muss sterben oh in der hose noch das ist sehr geil das ist nochmal ein upgrade Upgrade brauchen wir nicht aber ist egal wir nehmen das trotzdem mit 40 sekunden bis zum deathmatch yay nochmal so ein scheiß kann man alles rausräumen brauchen wir alles nicht alles verschopft alles nur ins inventar so die strings behalten wir noch mal aber ich komme eh nix mehr zu irgendwas danke so 30 sekunden noch wir müssen es gleich nur finden im deathcamp äh deathcamp im deathcamp im todescamp ja im todescamp irgendwas drin natürlich nicht 40 sekunden noch irgendeine kiste irgendwo noch nein nein schade gut da hinten ist die kiste aber da komme ich nicht mehr hin da noch oh noch ein schwerer bogen oh ein bogen ich habe noch einen bogen gekriegt in letzter sekunde ich habe keine Pfeile von daher ich habe Pfeile wo bist du? links oder rechts? rechts, links? da bist du gehen wir auf den da wo bist du jetzt? du rennst weg von mir das ist nicht gut lass die beiden sich doch da gerade mal verkriegen kriegen die sich denn? ne siehst du? ne kann ich ran ah der hat uns beifallig mit seinem Rosen und Eisenschwert Mist naja wenigstens im Endkampf gewesen bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss